Hallo, herzlich willkommen zu Maikes Rappelkiste. Na, habt ihr auch das Gefühl, dass sich langsam aber sicher der Winter von uns verabschiedet? So sehr ich den Winter mag, aber den Frühling habe ich doch noch lieber. Dann wird es endlich wieder wärmer und man kann viel mehr draußen machen. Rappelkiste, was meinst du? Oh, ich sehe gerade, unsere Rappelkiste ist ja auch schon ganz frühlingshaft. Schmetterlinge, Vogelhäuser. Ich glaube, die Rappelkiste, die sehnt sich auch den Frühling herbei. Können wir mal reinschauen, was sie für uns bereithält? Ja, aufgepasst. Ja, die Rappelkiste wünscht sich auch den Frühling. Wisst ihr, was das sind? Das sind Zwiebeln. Also keine Zwiebeln zum Kochen, also ich kann mir jetzt daraus kein Mettbrötchen machen oder sowas. Nein, das sind Blumenzwiebeln. Und wenn ich mir die Blätter so anschaue, würde ich mal auf Tulpen tippen. Hm, die muss man eigentlich schon im Herbst einpflanzen, damit sie dann im Frühling, so wie jetzt, die ersten Frühlingsboten sind. Es gibt so ein paar ganz frühe Blüher und die Tulpen gehören dazu und ich würde mal vermuten, dass aus euch mal schöne Tulpen werden. Danke, Rappelkiste, da kann der Frühling ja bei uns einziehen. Aber wenn ich mir das so anschaue, ist es schon ein wenig trostlos, oder? In diesem grünen Plastiktopf. Was haltet ihr davon, wenn wir für unsere Tulpenzwiebeln einen schönen Blumentopf gestalten? Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich lasse mir da was Schönes einfallen, okay? Ich würde sagen, ich hole mal meinen Basteltisch. Bis gleich! So, ich habe meinen Basteltisch geholt und ich habe mir überlegt, wir könnten ja so einen Blumentopf mit Serviettentechnik gestalten. Das ist nämlich gar nicht so schwer, wie man immer denkt. Denn Servietten, die habt ihr sicherlich noch im Haus. Da könnt ihr mal bei euch in den Schubladen schauen. Mama hat bestimmt ein paar zur Hand. Ich habe hier so welche mit Pilzen gefunden oder noch von der Einschulung welche. Oder auch hier der Frosch, den fand ich eigentlich ganz passend jetzt so zum Frühling mit den Blümchen. Und ich glaube, davon werde ich welche nehmen. Und dann braucht man gar nicht, wie man immer denkt, so einen speziellen Serviettenkleber. Nee, das geht nämlich auch mit ganz normalem, ganz einfachen Kinderbastelkleber. Den kriegt man eigentlich in diesen ganzen 1-Euro-Shops und so für echt wenig Geld. Das ist dieser weiße Kleber. Den mischt man sich mit ein wenig Wasser zusammen. Bis der so eine milchliche Farbe bekommt. Nicht ganz flüssig ist, aber doch schon annähernd flüssig wie Wasser. So, alles gut durchrühren. Dann brauchen wir eine Schere, um uns aus den Servietten das auszuschneiden, was wir gerne hätten. Und natürlich einen Tontopf, einen Blumentopf. Das ist jetzt ein ganz schlichter. Oder aber, ich habe auch schon mal hier so einen vorgrundiert. Das habe ich mit Fingerfarben gemacht. Man kann das zum Beispiel hier mit solchen Fingerfarben vorher anmalen. Oder vielleicht habt ihr auch ein paar Plackerfarben zu Hause. Wasserfarben hält leider nicht so gut, geht aber auch. Das müsste man halt trocknen lassen, deshalb habe ich das schon mal vorbereitet. Man kann das aber auch einfach auf einem braunen Tontopf machen. So, dann finde ich zum Frühling passen eigentlich hier diese Frösche ganz schön. Da müssen wir jetzt erstmal einen ausschneiden. Vielleicht nehme ich auch die Froschkönigin. Gefällt mir fast noch besser als der Froschkönig. So, und die Blümchen finde ich eigentlich auch sehr schön und passen natürlich jetzt zu unseren Tulpen. Und wunderbar in den Frühling, die schneide ich auch noch mit aus. So, und dann ist wichtig, die Servietten bestehen aus mehreren Schichten. Und davon müssen wir jetzt die Schicht, auf der das bedruckte Bild ist, also in dem Fall hier unsere Blume, vorsichtig abziehen. Da braucht man ein bisschen Feingefühl, dass es nicht kaputt geht. So, dann suchen wir uns einen schönen Platz auf unserem Blumentopf aus. Legen das da drauf und bestreichen das dann komplett, also die ganze Serviette, mit unserer angerührten Klebermischung. Geizt nicht mit dem Kleber. Die Serviette darf ruhig gut getränkt sein damit. Es würde sich vielleicht nachher nochmal was lösen, wenn es getrocknet ist. Und das wäre einfach zu schade. Das mache ich nachher oben. Und dann wieder Kleber. Klick, 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 klick. Ja, und wenn ihr mit eurem Blumentopf fertig seid, könnt ihr überlegen, möchte ich den drinnen hinstellen oder soll der nach draußen? Wenn ihr ihn nach draußen stellen wollt, dann wäre es in der Tat wichtig, dass ihr noch eine wasserfeste Schicht drauf macht. Das gibt es im Bastelladen, das nennt sich auch Outdoor, also draußen. Das ist eine durchsichtige, eine Art Kleberschicht, die könnt ihr drüber machen, wenn das Ganze getrocknet ist. Ja, und dann wäre der Topf sogar regenfest und ihr könntet ihn nach draußen stellen. So könnt ihr ihn aber natürlich auch einfach trocknen lassen und ihn auf euren Küchentisch oder Esszimmertisch stellen oder vielleicht sogar auf euren Schreibtisch. Wer weiß. Jetzt müssen wir unsere Tulpen natürlich noch reinsetzen. Das ist doch ein schönes Zuhause für die Zwiebeln. Also mir gefällt es. Ich wünsche euch auf jeden Fall zu Hause viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.